Was war das? Nicht schießen! Victor, was ist los? Nein, bitte nicht schießen! Victor! Ich finde den! Victor! Wir sitzen hier und warten auf die Antwort der Polizei in Grönland. Dich kann ich nicht schicken. Er war dein Mann. Er ist mein Mann. Die Mitglieder des Arktischen Rates treffen sich zur Unterzeichnung des Abkommens. Wir sind die einzigen. Hier stimmt was nicht. Die noch verhindern können, dass unser Planet unbewohnbar macht. Was? Ich brauche Hilfe. Jetzt warte doch! Dahinter steckt etwas viel Größeres. Hallo? Wenn ich etwas gelernt habe in Schützengraben, dann, dass die Menschen Hoffnung brauchen. Nur die Sehnsucht hält uns am Überleben. Wir verkaufen Hoffnung. Schauen Sie sich das an! Es ist eine neue Zeit! Die Frauen sind nicht mehr wie vor dem Krieg. Berlin ist die Stadt der Frauen. Wir sind einzigartig! Wir sind einzigartig! Der Mann hat das Geld und die Frau müht sich, als Objekt gewählt zu werden? Ich bin ja nicht mit einem Goldenen Löffel im Mund geboren. In den letzten acht Wochen hat sich die Geldmenge für 286-fach. Wie lange haben wir noch? Ist die Reismark kollabiert? Wenige Wochen. Dann werden diese jungen Frauen bald ihre Arbeit verlieren. Lust auf was Süßes? Was? Mann, eine neue Beziehung einzugehen ist nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Lass mich los! Wir lieben uns. Wir reden über alles. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer bezaubernden Frau. Meine Frau ist tot. Ich bin seine Geliebte. Hast du Lust, mir einen Drink zu spendieren? Und mit der Nummer kommst du durch? Kaum gibt man dir den kleinen Finger, nimmst du gleich den ganzen Schwarz. Sexy und smart, ja? I'm a cat. Tom of Berlin! Bitch! Dieser Brief stammt angeblich von einem gewissen Jack the Ripper. Bitte, Jack the Ripper kopiert? Oh nein. Er ist hier. Dieser schreckliche Mensch muss aufgehalten werden. Um jeden Preis. Ich hab das Gefühl, der Mörder ist uns ein paar Schritte voraus.